Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten und herzlich willkommen zum Gartenrundgang im Monat Juli. Heute wollen wir einmal in dieses Gewächshaus schauen. Ich dachte, ich teile den Gartenrundgang, damit er nicht so lang wird, in drei verschiedene Teile auf. Im ersten Teil, Leute, schauen wir ins Glasgewächshaus, im Teil, der in wenigen Tagen online kommt. Im Teil Nummer zwei schauen wir in den Folientunnel, denn selbst da haben wir ja 30 verschiedene Tomaten, 60 Paprikas und Chilis. Das ist schon ein eigener Teil wert. Und im dritten Teil, da schauen wir dann in die Beete, da ist auch wirklich sehr viel passiert. Wir können mittlerweile sehr viele Dinge ernten. Das seht ihr aber dann im dritten Teil heute erstmal, auch wenn der erste Teil ein bisschen kürzer wird. Nur von diesem Glasgewächshaus, da haben wir auch schon sehr viele verschiedene Kulturen und ja, die zeige ich euch heute in diesem Video. Viel Spaß dabei und los geht's! Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid oder mich noch nicht abonniert habt, dann macht es gerne kostenlos unter dem Video. Ich habe gesehen, 70% der Leute, die meine Videos schauen, haben mich nicht abonniert. Tut mir gerne den Gefallen und abonniert mich kostenlos unter diesem Video. So unterstützt ihr mich und vielleicht schaffe ich dann ja irgendwann auch mal endlich diese 10.000 Abonnenten. Würden mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann schauen wir erstmal hier in das Glasgewächshaus. Was habe ich hier? Wir fangen hier ganz hinten an und hier seht ihr schon zwei Tomatenhaken, die Gurken hochziehen. Aber das sind nicht irgendwelche Gurken, das sind Zitronengurken. Vielleicht kennt ihr die, ich hatte die letztes Jahr schon im Garten, bin sehr überzeugt davon. Optisch sehen die so ein bisschen aus wie eine Zitrone. Ist aber eine Gurke, schmeckt auch so wie eine Gurke, ist nicht jedermanns Fall. Aber diese Gurken sind sehr besonders und für mich gehören die in diesem Garten auf jeden Fall dazu. Zwei Pflanzen haben wir davon, ich zeige euch die mal in der Nahaufnahme. Die sehen wirklich sehr gut aus und ja, wie gesagt, für mich gehören die einfach in so ein Gewächshaus dazu. Warum habe ich die im Gewächshaus? Gurken wachsen bei mir im Gewächshaus, hier in unserer Umgebung einfach viel, viel besser. Im Freiland, da ist es letztes Jahr auch nichts geworden, da waren die Gurken sehr schnell kaputt. Und hier im Gewächshaus, da hat es bisher immer geklappt und wenn wir uns die mal so anschauen, da sind schon einige dran und das lässt sich auf jeden Fall sehen. Direkt unter mir hier, da haben wir eine Wassermelone. Und die Wassermelone, die hat schon, kann gelogen sein, aber bestimmt eine Länge von zwei Metern und sehr viele Blüten sind da dran. Bisher nur männliche, also ohne Fruchtansatz drunter, das ist sehr schade, aber die männlichen Blüten sind sehr lange da. Bei mir ist es so, dass die Fruchtansätze immer erst sehr spät kommen, wenn die Wassermelone schon sehr groß ist. Baut ihr Wassermelonen im Garten an und habt ihr da das gleiche Problem oder eben auch die Lösung dazu? Dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, lasst einen kleinen Kommentar da, denn so spielt ihr auch ein bisschen mit dem YouTube Algorithmus. Und mein Video wird öfter vorgeschlagen, würde mich auch sehr freuen. Ja, was hat man sonst im Gewächshaus? Sehr klassisch, natürlich Tomaten. Wir haben hier sehr viele, ich zähle mal selber einmal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn. Vierzehn Tomaten haben wir hier drin und wähle ich die unterschiedlichsten Sorten. Hier vorne zum Beispiel einmal die Indigo Rose oder auch Indigo Rosé genannt. Ist eine sehr, sehr tolle Tomate, wird auch Pfeffertomate genannt, weil sie so ein bisschen schwarz ist und sie ist oben schwarz, unten rot. Kennt ihr vielleicht diese Tomaten? Und die schmeckt so ein bisschen schärfer, ein bisschen pfeffriger und wird deswegen von manchen auch Pfeffertomate genannt. Dann schauen wir einfach mal hier weiter. Dort haben wir noch eine Balkontomate, die ist jetzt aber auch schon sehr, sehr groß geworden. Ich glaube, das ist die Sorte Harzfeuer. Eine sehr tolle Sorte. Da vorne, die Sorte finde ich noch sehr, sehr spannend, weil das ist die Italian Drop. Die hat hier bei uns leider bisher nur sehr kleine Fruchtansätze, aber auch schon viele Blüten. Deswegen kann ich da bald auch mit mehr Tomaten rechnen. Ja, dann haben wir hier unten ganz versteckt zwei kleine Paprikas. Ich weiß leider bei der nicht mehr die Sorte. Das da drüben, das ist übrigens die Paprika Kira, meine eigene Paprikasorte. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, bald die ersten Früchte von ernten zu können. Ja, Paprikas im Garten auf jeden Fall ein Muss. Ich zeige euch mal gerade eine Nahaufnahme. Ich sehe so einen kleinen grünen Käfer auf der Paprika. Den lasse ich erstmal sitzen. Bisher haben wir nämlich überhaupt keine Schäden dieses Jahr im Gewächshaus, was schon sehr beachtlich ist. Das einzige Problem, was wir in diesem Jahr hatten, das waren wirklich die Schnecken. So viele Schnecken habe ich noch nie gesehen im ersten Garten. Ja, bei uns war es definitiv nicht so. Da hatten wir so wenig Schnecken und in diesem Jahr kamen die leider aus jeder Ecke beim Kohl draußen im Kohlbeet. Da haben wir jetzt das dritte Mal Kohl gepflanzt und hoffen, dass es jetzt endlich was wird. Immer wieder zurückgefressen worden, sodass der Kohl nicht mehr weitergewachsen ist. Ja, jetzt mittlerweile sind die Temperaturen wärmer. Die Schnecken haben genug zu fressen, kommen nicht mehr in unserem Garten. Aber das zeige ich euch im dritten Teil vom Gartenrundgang. Denn jetzt soll es erstmal nur hier um dieses Gewächshaus gehen. Was haben wir da noch für Sorten? Da haben wir die Berner Rose, Chani Prince, kennt ihr sicherlich auch. Die beiden Sorten, das sind sehr, sehr bekannte Tomatensorten. Die Chani Prince kennt ihr sicherlich vom Selbstversorger Rigotti. Und die Berner Rose, die hat er glaube ich auch. Die gibt es aber auch beim Gartengemüsekiosk, dort habe ich die schon öfter mal gesehen. Das ist eine sehr bekannte Sorte. Davor haben wir noch die San Marzano, so ähnlich wie die Potzano, also eine Roma-Tomate, etwas länglicher. Und ansonsten haben wir hier noch die Pflanzen reingesetzt, wie wir vom Jungpflanzenverkauf über hatten. Wir verkaufen hier beim Tierheim, wo unser Garten ist, immer unsere Jungpflanzen für den guten Zweck. Da haben wir einen eigenen Jungpflanzenverkauf. Und die Leute hier aus der Gegend, die wollen nicht so spezielle Sachen, deswegen haben wir das eher aufgeteilt in gelbe Tomaten, Cocktail-Tomaten, Roma-Tomaten, Fleisch-Tomaten und so weiter. Deswegen kann ich euch nur sagen, dass das eine gelbe Tomate ist und das eine Fleisch-Tomate. Welche genau? Da haben wir so ein bisschen Sorten durchgemischt. Das sind dann verschiedene Fleisch-Tomaten gewesen. Deswegen werden wir das wahrscheinlich dann erst sehen, was da genau bei rumkommt. Aber Tomaten hier drin sehr, sehr viele. Mittlerweile ist es so, wir haben heute den 9. Juli. Wir haben einige Tomaten hier dran und ich bin bisher sehr zufrieden. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr mit der Tomatenernte, beziehungsweise den Tomaten, die ihr bisher habt, zufrieden oder könnt es noch besser? Ich sitze hier bei den Auberginen und Auberginen habe ich dieses Jahr erst das zweite Mal im Garten. Letztes Jahr, die erste Saison mit Auberginen, hat ganz gut geklappt. Jetzt habe ich selber Pflanzen vorgezogen und das hat auch sehr gut geklappt. Wir haben hier viele lila Blüten dran und hier vorne, da ist die Blüte sogar schon verblüht. Ich hoffe, da kommt jetzt dann auch eine Aubergine dran. Hier haben wir noch eine zugekaufte Pflanze und zwar ist das die Habanero Chili Calita. Chili, Freunde von euch, werden die Sorte sicherlich kennen, denn das ist Schärfegrad Hott. Eine der schärferen Chilis und bei vielen Chili-Liebhabern sehr beliebt. Die Habanero Calita. Und dann haben wir hier zum Schluss nochmal eine gelbe Tomate. Auch da weiß ich nicht genau den Sortennamen, aber ich weiß, dass es eine gelbe Tomate wird. Und hier haben wir schon kleine gelbe Früchte dran. Ja, hier haben wir vor kurzem den Knoblauch abgeerntet. Knoblauch im Gewächshaus. Wir hatten unsere Zuschauer auf Instagram mal gefragt, wo sollen wir Knoblauch mal anbauen? Im Herbst haben die Leute dann sich für das Gewächshaus und Hochbeet entschieden. Hier haben wir jetzt das erste Mal Knoblauch geerntet und im Gewächshaus, ja, es hat nicht wirklich was gebracht. Es war eher zu warm jetzt in der letzten Zeit, sodass der Knoblauch eher vertrocknet ist. Wir hatten nur kleine Knoblauchzehen dran. Ja, daraus haben wir auf jeden Fall gelernt. Knoblauch lieber wieder ins Freiland, denn dort hat er einfach auch über den Winter ein bisschen Kühle und dann im Frühjahr kann der Knoblauch nochmal ordentlich wachsen. Hier war es sehr schnell sehr warm drin. Wir haben auch im Winter mal vergessen, das Ganze zu gießen. Hier kommt natürlich kein Wasser rein. Und jetzt steht auf jeden Fall als Folgekultur noch eine Wassermelone. Die haben wir im Gartenzetter mitgenommen. Wir können die Pflanzen da ja nicht einfach so im Gartenzetter stehen lassen, ohne dass sie eingepflanzt werden. Deswegen haben wir die noch vor dem Mülleimer gerettet und mitgenommen und hier im Garten noch eine Chance gegeben. Ja, und auf der anderen Seite, da schauen wir uns jetzt nochmal zum Schluss dieses Videos Pepino und Erdnüsse an, denn das finde ich wirklich sind auch spannende Kulturen, die bei euch im Garten nicht fehlen dürfen. Ja, hier sitze ich jetzt neben der Pepino. Die habe ich aus einem Steckling vom letzten Jahr und hier unten sieht man, die ist an sehr vielen Stellen neu ausgetrieben und ist deswegen eher so ein bisschen flacher geblieben. Normal hatte ich auch Pepino immer so, dass sie sehr, sehr groß wurden und dann die Pepinos da reihenweise dran hingen. Hier sehe ich jetzt sehr, sehr viele Blüten, aber leider noch keine Pepino dran. Die Erdnüsse hier vorne, da sieht man das vielleicht hier unten. Ich zeige es euch auf jeden Fall mal in der Nahaufnahme. Die Erdnuss blüht auf jeden Fall. Erdnüsse gehören im Garten für mich auf jeden Fall dazu, auch wenn es nur ein kleines Experiment ist. Mit großen Ernten kann man da nicht rechnen, aber es ist dann auch sehr, sehr spannend, Erdnüsse mal anzubauen. Die wachsen erstmal oberirdisch. Auch die Blüten, die sieht man oberirdisch, die gehen dann aber in die Erde rein, die senken sich runter und bilden dann wie Kartoffeln an diesen Blüten, die sich abgesenkt haben, bilden die an den Blüten quasi in der Erde, die Erdnuss. Und das ist einfach eine spannende Kultur. Ich habe die immer wieder mal hier zwischen im Gewächshaus. Die brauchen nicht viel Platz. Wirklich, ihr seht das hier, zwei Hände breit sind die nur im Vergleich zu so einer Pepino echt nichts. Und die gehören im Gewächshaus auf jeden Fall dazu. Ja, Gartenrundgang im Juli 2021, Teil 1, Glasgewächshaus. Hier ist echt schon einiges los. Wir können bald mit den ersten großen Ernten von Paprika, Zitronengurke und Tomate hier im Glasgewächshaus rechnen. Wie sieht es bei euch gerade im Garten aus? Schreibt mir gerne mal einen Kommentar über Instagram und Facebook. Da freue ich mich auch immer, wenn ihr mir eure Bilder aus dem Garten zuschickt. Viele Zuschauer möchten mir einfach mal ihren Garten zeigen. Kann ich voll verstehen. Ich zeige hier immer nur meinen Garten und ihr könnt nicht von eurem Garten erzählen, zumindest nicht hier in den Kommentaren. Deswegen schreibt mir gerne auf Instagram oder Facebook und schickt mir mal Bilder zu eurem Garten. Wenn ihr wozu Fragen habt, beantworte ich die natürlich auch gerne auch hier in den Kommentaren. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder mit Teil 2 vom Gartenrundgang. Da werden wir uns dann mal im Folientunnel umschauen, da ist auch schon einiges los. Viele Tomaten und Paprika haben Blüten und sehr, sehr viele Fruchtansätze. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Alles Gute und ciao! Tschüss! Tschüss!